Die schon über Jahre geführte Debatte zur Lohngleichheit in der Schweiz zeigt exemplarisch, dass die Frauenrechte bzw. die Gleichstellung der Geschlechter in der Schweiz vorangekommen ist, dass aber in der konkreten Umsetzung nach wie vor Handlungsbedarf besteht. Der Schweizerische Katholische Frauenbund und viele andere Frauenorganisationen sind daher überzeugt, dass es nach wie vor den Schutz der Europäischen Menschenrechtskonvention braucht, um diese Grundrechte zu garantieren. Wir engagieren uns daher mit Vehemenz gegen diese Selbstbeschneidungsinitiative der SVP.